Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 12. Januar 2022. Ja, heute schon das zweite Mal. Heute mit einer zweiten Episode, mit einer Sonderfolge, einer monothematischen Apple-Episode, weil Apple gestern einen schönen Newsbrief herausgegeben hat. Im Newsroom von Apple könnt ihr das Ganze nachlesen und da gibt es auch ein paar Bildchen dazu. Aber für euch jetzt in Audio einfach Apple und das Jahr 2021 in ein paar Zahlen oder in deren Mirre. Ich beginne einfach mal. Apple zählt bei seinen Diensten generell über 745 Millionen zahlende Abonnentenkunden. Das heisst, 745 Millionen Kunden nutzen irgendwelche Dienste aus dem Hause Apple. Das ist auch der Grund, weshalb das Aktienportfolio von Apple immer wieder stärker anwächst und der Bereich der Dienstleistungen da einen grossen Bereich einnehmen. Übrigens, vielleicht sagt man das heutzutage so. Ja, ich habe die ein oder andere Apple-Aktie und somit freue ich mich natürlich auch über diese schönen Zahlen. Die App-Store werden wöchentlich von über 600 Millionen Personen besucht. Das geht es nicht um den App-Store auf dem iPhone, iPad und Mac, sondern die physischen, die in über 175 Ländern zur Verfügung stehen, wo man eben reinpurzeln kann, die neuen Geräte antatschen kann, das eine oder andere sich kaufen kann, ein bisschen Zubehör sich anreichen kann und oder einfach die Wärme nutzen im Winter und das WLAN geniessen, das da richtig schön schnell ist. Und eben vielleicht ein neues Armband kaufen oder eine neue Hülle oder sowas. Das geht immer. Weiter geht es mit dem App-Store, dem digitalen. Seit 2008, damals wurde er ja lanciert. Ich habe erst gerade vorgestern vom iPhone und eben dem allerersten iPhone gesprochen. Wer das nicht gehört hat, hört nach, zwei Episoden vorher. Im Jahre 2008 ging das Ganze online. Seither wurden über 260 Milliarden US-Dollar verdient darüber. Insgesamt im letzten Jahr, also eben 2021, waren es 60 Milliarden, die darüber generiert wurden. Schon richtig heftig, wenn man das so anschaut. Dann haben wir auch wieder mal Weihnacht, Silvester, Neujahrszahlen. Das ist eben da, wo die Leute am meisten ausgeben im App-Store. Und wenn man das anschaut, der Wachstum in diesem Jahr ist wieder ein zweistelliges Wachstum. Es ist unglaublich, was da so passiert. Über die Feiertage im 2021 wurden insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das ist schon sehr, sehr heftig. Apple hat ja auch einen Spiele-Abo-Dienst, Apple Arcade. Die haben mittlerweile, gestartet sind sie damals mit 100, mit 200 Spiele im Portfolio. Und da kann man einiges finden, was man eben damit spielen kann. Apple hat auch Musik im Angebot. Nicht nur in Form von Streaming. Darum geht es aber jetzt gerade gleich. Apple Music, der Streaming-Dienst, der hat mittlerweile 90 Millionen Songs im Portfolio. Und das Schöne daran ist, Apple hat Wort gehalten und das Ganze gestartet. Im letzten Frühjahr war es, glaube ich, umgestellt auf Lossless. Und dann erst einen kleinen Part. Ich glaube, es waren 20 Millionen. Und dann hat man gesagt, bis Ende des, oder bis zum dritten Quartal vom 2021, wird man das komplette Portfolio umstellen. Und das ist so, die 90 Millionen Songs sind auch allesamt in Lossless-Audio verfügbar. Also denkt nochmals daran, wenn ihr in diesen App-Store geht, den physischen, irgendwo in eurer Nähe, schnappt euch mal Kopfhörer von Apple in ihr oder auch die für über die Ohren. Das klingt einfach richtig, richtig schön. Apple hat auch Radiosender, Apple Music Radio, Apple Music One, Apple Music Hits und Apple Music Country etc. Und die haben über 10 Millionen Abonnenten weltweit. Übrigens, den Apple Music Country kann ich sehr empfehlen. Wer auf Country generell steht, auch Sonos hat ein sehr spannendes Country-Portfolio-Angebot. Was mir nicht gefällt, ist das dieser Angebot, was die unter Country verkaufen. Einfach so mal als Zwischenbemerkung oder Dings. Apple hat aber eben nicht nur Musik und Apps und Spiele. Sie haben auch einen eigenen Streaming-Dienst, das ist Apple TV+. Da haben wir seit der Lanzierung, und das ist noch gar nicht so lange her, zwei Jahre nämlich, 763 Award-Nominationen und 190 Auszeichnungen bekommen. Unglaublich, was da abgeht. Das sind aber auch wirklich coole Titel mit drin. Und ich freue mich immer wieder, wenn da was Neues auftaucht und eine Staffel neu aufflammt. Ich hätte nur lieber, wenn die auf einmal kommt. Ihr kennt es ja, ich mag es Binge-Watching-mässig. Weiter geht es mit Apple Fitness. Apple Fitness Plus, um genauer zu sein, das ist das Fitness-Angebot. Gibt es übrigens auf dem www.gipsi.ch-blog. Ein Artikel dazu. Da hat man mittlerweile, also seit der Lanzierung, vor gut einem Jahr, insgesamt 2000 Trainings in elf verschiedenen Sportarten mit drauf. Dann gibt es auch Apple News. Das ist etwas, was es in unseren Gefilden nicht gibt. Das ist aber die Nummer-eins-Nachrichten-App in den Märkten, in denen es gibt. Konkret ist das USA, Kanada, in Australien und im Vereinigten Königreich. Weiter geht es auch mit Apple Podcasts. Denn Apple hat natürlich auch ein Podcast-Angebot. Und da haben wir weltweit jede Minute Millionen von Podcasts, die konsumiert werden. Unglaublich. Auch hier in der Daily gibt es so den einen und die andere, die sich das anhört. Und zwar täglich, sofern er dann erscheint. Weiter geht es mit Apple Books. Apple kann nämlich auch Bücher verkaufen. Die Bibliothek der Apple-Bücher umfasst mittlerweile 8 Millionen Bücher, sowie auch Audiobücher. Und gerade Letzteres ist mir jetzt zweimal über den Weg gelaufen. Mein Reiner hat nämlich das Problem, dass er seit seinen Autounfällen immer einschläft beim Bücherlesen. Und das vor allem bei den physischen, also die aus Papier, Totholz. Auch mit E-Book-Reader ist nicht besser, obwohl ich da zoomen kann etc. Aber auch da schlaufe ich ein. Deshalb nutze ich sehr gerne Audiobücher und ziehe mir so meine Fachthemen und so weiter rein. Und in letzter Zeit, muss ich echt sagen, immer wieder, wenn ich auf der Suche war nach einem neuen Audiobook oder eben nach einem neuen Buch, weil ich wollte eigentlich lesen in digital, auch auf meinem iPad. Genau, was ist da passiert? Ich bin schlussendlich bei Apple Books gelandet, weil da die Preise recht moderat sind. Zum Beispiel, was habe ich mir da geholt von Chris Woss? Ein Kultbuch, ein Klassiker, eines, das ich schon x-fach in Buchform früher mal gelesen habe, als ich noch eben konnte. Das wollte ich mir wieder mal reinziehen. Das habe ich mir als E-Book oder als Audiobook, besser gesagt, geholt. Sehr empfehlenswert, kann ich auf jeden Fall sagen. Weiter geht es, oder noch nicht, denn Apple Books soll jeden Monat mehr als 100 Millionen Nutzer haben. Auch nicht schlecht. Auch eine schöne und coole Zahl kann man vermelden beim Apple Pay. Da hat die Schlagzahl, der heute hat das Land eröffnet und dieses Land und in diesem Land diese Bank etc. ein bisschen nachgelassen. Das liegt aber daran, dass Apple Pay schon sehr, sehr stark verbreitet ist. In fast 60 Länder und oder Regionen ist es mittlerweile verfügbar. Über 9000 Banken und Finanzinstituten bieten die Möglichkeit an. Liebes Ju, ich glaube an euch, es kommt bald. Und zu guter Letzt gibt es noch die Apple Wallet App. Da haben wir im letzten Jahr 30 Millionen mal genutzt. Und zwar die Möglichkeit, Event-Bilete per Wallet abzulegen und NFC auszulesen. Das in USA und in Kanada wurde, wie gesagt, 30 Millionen mal genutzt. Ich freue mich auch schon, wenn die Möglichkeit besser bei uns ankommt und wie ich mir da noch mehr in meine Wallet reinschmeissen kann. Weil eben, ihr habt es ja schon am Anfang gehört. Ich mag es einfach und schlicht. Oder nee, das war in der gestrigen Episode, wo es um die Bezahlmöglichkeiten ging. Das war es mit der heutigen Sonderepisode zu Apple und dem Jahre 2021. Ich finde es ein schönes Jahr für Apple. Mal schauen, was es 2022 bringt und was es generell bringt. Auch für andere Firmen da draussen auf diesem Planeten. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020